Du bist mal ein Junge, weißt du das? Doch eine Güte, Junge. Meinst du jetzt bist du auf dich allein gesteckt? Aber keine Angst. Es ist da allein. Immer auf, wenn es schrecklich so ist. Und jetzt bist du auf zu weinen und anfangen zu kämpeln. Ich wünschte, du bekommst die Kraft und die starke dir. Wicht! 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 Es ist eine Agenie, ein Traum zu sein. Wunderschön auf die Realität. Und manchmal, wirklich, es gut zu erinnern, was du kämpfst. Es ist Zeit. Von dem wir wissen, Death's Head's Compound, prisoners sind auf den höheren Levels, nah an die Experimental-Labs. Wir haben die Nucleide-Decryption-Keyse, jetzt. Komm in deep. Auf die Flüge wirklich nahe zu der Compound. Du f***ing Pulverizier, mit der Cannon. Geh in die Compound, schnell wie möglich. Sie werden wiederholfen, also müssen wir wiederholfen, bevor die U-Bot wird geholfen, nachdem wir zurückkommen. Wenn du in die Flüge gehst, geh in den höheren Levels. Freize the prisoners. Wir senden in das Helicopter. Once everyone is safely in the air, we prime the nuclear foreheads, fire the atomic bombs, level the whole site. Bevor Benno, no more Death's Head. Be safe out there. Don't f*** this up, you magnificent cunt. Rexos! Be careful. As you make your way to the Cannon's Air, you're heading in fast, and the currents are bound to be strong. Great Busco, arming the cannon. They are getting close. 200 meters. 100. 50 meters. 50 meters. Fire! WDR mediagroup GmbH 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 GmbH WDR mediagroup 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 GmbH GmbH WDR mediagroup 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 GmbH